So, Aufnahme läuft. Das ist ein Startzeichen. Da sind sie doch, da oben. Da oben, wo das weggesprengt ist, die Wand. Oh, der hat hier was rübergeworfen. Hauuude natürlich hier! Hauuuude! Ich bin ne miese Begrüßung nochmal. Ah, da tut uns leid. Vielleicht kann man das ja noch rausschneiden. Ne, ich schneide hier in die Strauß. Ne, ich schneide hier in die Strauß. Oh, du bist fast tot. Jetzt sind sie da. Bei B sind sie dabei. Boah, der guckt direkt um die Ecke. Nostrack, Wiederbelegung. Ja, gut gemacht. Oh, sauber in den Rücken geschossen hier. Du ihm. Ja. Wo bist du? Ich fühl's nicht so richtig. Bin hier erstmal... Ich bin bereit hier, ich seh dich. Rein hier. Haben wir Schrotflinte. Schrotflinte hast du mal hier nochmal. Nicht schlecht. Oh, da vorne. Ah, toll der Bastard. Ach, du hast noch. Gut. Ja. Wir verlieren einsatzzielwerter. Oh, wo denn noch da noch einer. Oh, da um die Ecke. Ah, nur einer. Oh, nur. Okay, sehr gut. Ich bin bei D hier hinter dem Kasernerraum. Im hintersten Kasernerraum suchen. Ich spawn einfach mal bei dir. Ja. So. Achso, du bist tot. Ah, okay. Ja, der hat mich... Kann ich jetzt mal spawnen bei dir hier. Hab ihn getötet. Musst du mal kurz warten. Ähm. Los. So musst du so weit sein. Jetzt, ja. Oh, die Granate. Oh, genau in dem Moment kannst du spawnen. Das tippt mich. Ja, oh. Aber die ist zum Glück auf der anderen Seite gelandet dann. Achso, ne. Dann hast du die erste Granate Gott sei Dank gerade verpasst. Die habe ich noch verpasst, ja. Ein Glück. Ah. Schade. Sind die hier irgendwo? Ich bin mir nicht sicher, ob die hier draußen sind. Gib mal hier um die Ecke. Um die Ecke. Ja, sieht aber gut aus. Um die Ecke. Warum heil ich denn hier nicht? Hallo? Wo? Habst du? Okay. Also wir haben ja auch alle Punkte. Ich weiß auch gar nicht, wo ich hin soll. Zu C. Ich bin jetzt draußen und gehe jetzt zu C. Da ist Inner irgendwo. Den haben wir schon abgeknallt. So. Sicher? Jaja. Da ist auch Inner. Wo? Wo? Ja, wo die Glankwurfer. Wo haben wir jetzt noch den Namen gezeigt? Oh, da hinten war auch noch einer. Bin jetzt schon mal bei C. Oh, oh. Oh, aber unten bei C. Scheiße. Oh Gott. Tod. Ja. Jetzt kommen sie alle zu C. Oh, bin nicht blind. Schön weggesprengt da. Oh, Gott, das fehlt. Crank. Ja, ohne wunde Karte. Spielen wir echt zu selten. Definitiv. Also eigentlich shoot, aber... Ja, dann ist halt, ne? Na ja, können wir ja immer machen. Genau. Jetzt machen wir das ja auch und hier mit... Präsentieren wir euch den DLC zu Battlefield. Da haben wir jetzt eher stiefmütterlich behandelt. Wollen jetzt vielleicht mal versuchen auch... Könnt doch in der Arschkarte liegen. In der Seussenskarte. Obwohl die anderen ja eigentlich ziemlich cool sind. Äh... Diese Verdun. Oh, die Bruch ist manchmal auch ein bisschen... Stimmt, die ist manchmal auch ein bisschen schwierig. Aber ich bin hier bei D. Mh... Kommen wir überhaupt nicht klar. Okay. Wann noch haben wir den? Ja, genau. Das ist klar. Oh, das ist so lustig. Foppen, ey. Alter, guck dir das mal an, hier. Kann nicht. Tod schon wieder. Jetzt kommen sie ja von C. Dann das Ende hier. Ich weiß nicht, aber das mit dem Visier kann man das nicht abnehmen, ey. Faden, Kreuz, Kreuz, Strahl. Ach, ist doch scheiße. Oh, einen habe ich noch. Aber da unten eher unten. Ey, da liegen hier liegen, weiß ich, wie viele Leute. Krass. Bei C? Bei D. Bei D schon. Mann, Alter. Na gut, danke. Na, endlich mal wieder ein Kill, ey. Meine Jute. Gernot zu richtigen Zeitpunkt hin. Bist du hier noch einer? Sunny, Mann. Lauf weiter da, Hoshi. Wo ist denn der? Wann wirst du? Was ist hier los? Hier drinnen. Wir haben Einsatzziel Cäsar erhoben. Schaden, die haben wir jetzt auch. Sehr gut. Okay. Muss ja wieder Befehle geben hier. Wir haben wieder an mich hier. Bei D kommen sie rein. Gar nicht getroffen, gut. Mann, was schießt der denn da auf mich? Der Affe. Oh, Gas. Der Affe. Kommst du mit, Robi? Jo. Hinter dir. Oh, hier ist es. Wow, Granade. Oh, was tot. Oh Gott, da liegt der ja schon, der Bastard. Renn weg. Oh, no. Ah, wieso hast du dich getroffen? Ach, die Granade ist hinter der Tür. Oh, jetzt ist der schon tot, der Bastard. Der Redeemer 0788. Voll gekostet erstmal. Von wo kommen sie denn hier? Hm. Bin mir nicht ganz sicher. Ich bin jetzt hier mal links lang gelaufen. Ah, wen hinter dir? Warte mal. Hinter uns, über uns. Ja, hier lang. Knappe Geschichte. Oh, nicht das, was hier gefallen. Oh, da. Oh, und der Einige. Oh, wir sind hier gleich hier vorne. Oh. Ja, Rubi, gut. Immerhin zwei Leute. Ich hab den hier vorne nicht gesehen. Shit. Ach, Mann. Wieder so ein Draw-Kill hier. Scheiße hier. Nehmen mal B ein. Das ist der mit ihm nicht richtig, sag mal. Ja, genau. Da ist natürlich auch einer drinnen. 76 getroffen. Komm jetzt zu dir. Scheiße. Jo. Ich hoffe, hier ist sicher. Ne. Ne. Weg. Von wo kommen die denn? Korn. Überall. Korn. Wer denn? Korn zieht. Hä? Auf jeden Fall steht hinter mir einer? Oh, Gottes Willen, ey. Da ist ja keine Chance hier unten. Wie kam denn der da hinten hin? Der Mobi-Bär. Pff. Tch. Wir haben ein Einsatzziel, Emil. Oh, nee. Huh. Lass mal schauen. Okay. Okay. Warte, das krieg ich denn. Warte mal. Wir haben ein Einsatzziel. Da. Scheiße. Lad nach. Hier. Yes. Bastard. Wunderbar. Oh, ey. Okay. Aber hier ist noch eine ganze Menge. Ja. Da liegt auch noch einer da hinten. Der Bastard. Da kriecht er. Wow. Mann. Ist das ein Arschloch. Sag mal. Wie hartnäckig ist Tendit? Wir haben ein Einsatzziel. Da. Wir haben ein Einsatzziel. Na endlich. Meine Güte. Ey. Krass. Was ein Krampf. Sehr gut. So. Oh. Leichtpistolen. Raketen. Signale. Oh. Hinter mir. Na genau. Da oben steht er. Jetzt rennt er weg. Jetzt. Cool. Danke. Ich komme auf deine Seite. Alter. Ne. Hä. Wo bist du? Weiter gelaufen. Achso. Wir haben ein Einsatzziel Albert erobert. Hä. Ich gehe aber auch nur drauf. Da hinten liegt einer. Und getötet. Ich weiß nicht. Wo kommt man hier nicht hoch? Sag mal. Geh jetzt hier nach oben ey. Dich doch. Die Bastarde hier. Da ist doch einer schon gewesen auf der Brücke da. Ey. Schon wieder tot. Das ist heute direkt tief in den Tiefen nicht mein Tag. Was? Scheiße. Was ist denn mit ihm da los? Na dann spielen wir FIFA hier. Dann kannst du mich wieder fertig machen. Dann kriegst du die gute Laune. Ich habe keine schlechte Laune. Aber ich merke einfach das auf mir heute nicht so gelingt wie sonst. Das muss man hoch mal ein paar. Muss man sich mal eingestehen ja. Muss man sich mal eingestehen. Hier bin ich doch gerade im Truppe gegangen. Bei mir läuft es gerade ganz gut muss ich sagen. Wunderbar. Ich habe keine Munition mehr. Nur noch Pistolen Munition ey. Hier kommen sie auf jeden Fall hier oben Robi. Ja. Hinter mir. Da war er schon. Oh. Voll mit der Stromflinte in die Fresse geschossen. Okay. Gut. Gut. Der mit der auch bei mir mit der Stromflinte. Naja ist ja erst die Hälfte der Runde rum. Ja noch ein bisschen. Oh. Das ist auch ziemlich enger noch. Ach. Ach. Viel Belebung vielleicht. Cool. Soll ich. In dem Moment wirst du natürlich wiederbelebt ey. Wenn ich spawne. Ah. Wirst du aber heute nicht bei mir zu spawnen glaube ich. Ich habe mich hier mit der Map schwer. Ja. Das ist erstmal wieder. Ich habe irgendwie nicht alles vergessen. Aber. Ich will ja hier rinkommen. Der von der Alzheimer Kranke. Hä. Ich hoffe nicht. Wer. Wer. Wer sind sie nochmal. Wer bist du. Mit wem spiele ich hier. Aber. Ne. Ich habe ja auch keine Ahnung wo hier. Wo hier lang geht. Ach man. Oh ja. Jetzt habe ich aber mal ein paar mitgenommen. Das waren glücklich drei hintereinander. Wenn ich das richtig erzählt habe. Die standen aber auch alles schön auf ihr nach. Hallo. Warum heilig mich denn nicht. Mann aus dem Weg hier. Ja genau hier. Und hier liegen drei Leichen. Wunderbar. Was. Wo war denn die Granate. Wo war denn die Granate. Die war genau da ja. Keine was. Der hat er gar nicht angezeigt. Ich war da auch drin. Ich war der Fehler. Wieder Begeilung. Beleilung. Ja ja. Ich wollte nur warten bis die Granate explodiert ist. Sonst hätte sich der Spieler weggefetzt. Ah. Oh. Oh. Scheiße. Schon wieder tot. Ah. Das war der Stufe 110 Nerd hier. Der hat natürlich. Da hast du keine Chance. Geil der Nickname. Nickname. Stufe 110 Nerd. Er hat da. Extra für Battlefield. Oh. 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 Kannst du hier sehen. Oh. Mann ey. Aber ich konnte auch nicht in die andere Richtung rennen. Ohne Scheiß. Dahin. Da kommen halt auch ein paar. Wenn du da stehst. Da kommen ein paar. Oder kamen auch ein paar. Hier in die andere Richtung? Acht. Na da wo ich wegge. Also genau in die gegensätzliche Richtung. Achso. Ja ja. Die hab ich ja hier sehen. Noch den Bastard. Der sich da. Ja warte. Man kann nicht heilen. Mal trittiert hat. Da hinten. Ja. Nee. Mann. Warum denn schon wieder der Bastard. Der Typ nervt. Und ich hasse mein Leben einfach nur noch. Ja. Und ich hasse diesen Guevara. Angels Q8 hat mich umgebracht. Weil der Ulti Bastard. Mann. Der macht ja alle da fertig. Was hat er denn für ein Problem da? Typisch Stufe 110 Bastard. Nischt. Mich hat zwar jemand anders getötet. Aber trotzdem hat der auch Stufe 110. Naja. Dann macht bestimmt sein Kumpel. Ich mach jetzt D hier. Nimm mal D ein. Wie weg dann? Was macht er denn da? Vor allem Weg rumgestanden? Ich hab's ja auch noch genau beobachtet. Er kommt. Und seit. Sites. Von Richtung C. Wenn man so zu sagen darf. Gut. Glaube ich zumindest ja. Komm so. Gays Grenade. Hm. Nervig. Was? Einen habe ich mit der Spieler Grenade. Sehr gut. Der hängt hier. Ja. Was habe ich gekreuzt auf dem Rücken? Ne. Kreuz überm Kopf. Äh. Aufm Kopf. Oh jetzt interessieren wir mal C. Gut. Auch so C. Haben wir ja schon. Aber hier. Wann wer hat denn die Granate hier geworfen? Kann man den hier nochmal wieder benehmen? Und er drückt sich weg. Ich hasse ihn. Den Umweg nämlich komplett umsonst gelaufen. Welcher Bastard. Oh das war ein Gegner hier. Ja. Irgendwo war hier noch ein Geishner. Übrigens hier gibt es ein Easter Egg. Bei der Karte. Wenn du bestimmte Sachen auslöst. Kommt hier vorne durch diese Fitze. Das füllt sich denn hier mit Wasser wohl gerade drinnen stehe. Da kommt ein Hai rausgesprungen. Ein riesen Hai. Ah ok. Das musst du mir auf YouTube Videos angucken wenn du mal dran denkst. Und die machen das? Das ist eigentlich ganz witzig auf jeden Fall. Ja das ist irgendwie du musst Ventile öffnen glaube ich in einer bestimmten Reihenfolge. Naja du musst halt ja. Du bist halt nicht. Oh Gott geht weg. Oh. Der guckt durch diesen Schlitz wieder da durch die Fotze. Ich dachte der steht da. Pass bloß auf da. Ja danke. Mann steh auf. Oh war es voll der Bastard. Da habe ich gleich wieder aufgeknuscht. Scheiße. Ah ok. Das wollte ich nicht. Nö ist ja ok. Nö das funktioniert. Nö das sag ich ja nur. Was ist denn hier voll der Megatrupp der hier wieder ankommt ey. Jawoll. Und stürmen und rein na genau. Warum brennt der denn? Wow irgendjemand wird doch von hinten Granaten. Scheiße. Oh da ist noch einer drinnen. Einer ist da noch in dem Raum. Slippy. Gasgranate. Komm Slippy. Beleb mich mal hier wieder. Slippy Pampers. Slippy Pants. Slippy Pants. Los hier eine. Mann da sind vier Sanität da. Einer muss mich doch mal wieder beleben. Achso ja. Endlich. Ich dachte das schaffen die anderen auch mal ausnahmsweise. Aber ne. Er brennt hier schon wieder. Geil. Dann ja alle. Warum brenne ich jetzt bitte? Hat er mich hier angezündet der Wichser oder was? Voller Zündler. Astart. Ist hier los. Steht einer um die Ecke irgendwo. Ich sehe. Mann. Warte. 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 Sie fahre. Ich bin ja mittlerweile. Egal. Trotzdem. Und auf zu B. Ne C. Bin direkt hinter dir. Ja Aber wir laufen hier zu E R. Egal. Doch dann E M D. Hier ist es erstmal schön ruhig. Bist du das schon wieder? Bist du das schon wieder? Bist du das schon wieder? Schön Schnäuze haste. Danke. Wenn du mal still stehen bleiben würdest, könnte ich dich mal nur beobachten. Aber was denn? So. Und jetzt D. Ne, C. Obwohl die Karte eigentlich ganz lustig ist. Das ist so echt... Gut, gut, gut. Schlecht ist die Karte nicht. Ne, ne, aber braucht halt ein bisschen Ritze kommen. Ich glaube, jetzt geht's besser. Am Ende hast du bestimmt wieder 50 zu 10. Ja. Ja. Ist schon schön. Klar. Klar. Man soll den Arsch nicht höher hängen, als man scheißen kann. Man soll den Arsch nicht vor dem Arm loben, ja. Ja. Gut gemacht, Arsch. Und schon wieder der, ey. Ist das ein Wichser, der Typ. Wo bist du denn tot? Wo bist du denn? Bei D war ich. Ja, war ich auch. Ne, C. Ach, warte. Ich muss dich da wieder beleben. Schon wieder dieser Goe Vara. Der nervt so krass. Mit seiner scheiß Selbstladebüchse da. Selbstladebüchsennerver. Ja. Ne, ich war nicht bei D. Dann war ich bei C, ja. Da war ja auch der Befehl. Aber alle haben wir den mal wieder ignoriert. Mit der Alene hingerannt. Oh, Scheiße. Na, wieder der Spacken da hinten, oder was? Mann, die nerven ja hier, wie sie lauern. Hier links und rechts. Piss, Fick. Scheiße. Stirb, verrecke da, Bastard. Mann. Der ist schon wieder der Typ. Alter, ist der nervig. 0 zu 6 schon. Goe Vara wieder. So, aber was ist los? Ich hab dich abgesehen. Der hat's wirklich abgesehen. Aber eine richtige Hure. Das ist die schlimmste Hure hier mit, unter anderem. Die schlimmste Hure von allen. Das ist wirklich... So, naja. Ja, auf mich zu beschließen, meinst du nicht, dass ich hier denke, dass... Also, ich glaube, hier sind so ja Jäger. Ja, da ist ja auch Ena. Ich wusste, du Vogel. Schön abgestaubt, ich bin tot. Was? Wieso bist du tot? Oh ja, so richtig. Na, weil der mich abgeknallt hat, den du abgeknallt hast. Ja, so. Genau. Fix der Kleber. Ja, ich dachte, du denkst, dass ich mir das gerade ausgedacht habe. Einfach so. Aber war ja nicht. Bob fix der Kleber, heißt er. Mit dem klaren Tag noch. Mann. Oh, ein Schuss von da hinten mit der Schrift hinterher. Jetzt sieht man nur noch mein scheiß Sonnenbrand hier. Ich könnte hier kotzen. Hast du immer noch den Sonnenbrand? Naja, jetzt tut's halt nicht mehr. Also, jetzt ist es halt nicht mehr verbrannt, aber... Jetzt juckt's da. Aber es juckt halt, ja. Immer schön eincremen. Naja. Also, jetzt hier an unsere Zuschauer. Ich ficke dein Leben. Lass du denn da? Schon wieder der gleiche Asi, ey. Wieder Ruhe-Bahra wieder, ja? Nee, nicht bei mir. Aber der nervt mich. Ruhe-Bahra. Ich hab's doch nicht, ey. Nein! Na, wer denn da? Na, wüsste ich mich wieder, wie es jetzt? Sag ich, wenn du mir das nächste Mal umbringst. Mann, warum hat der keine Granaten schon wieder? Pass auf, da vorne rechts um den Eck. Um den Korner, da steht er doch... Und schon wieder hier. 4, 2, S, 4, Renn, 1, 2, 3. Was? Renn? Start, Renn. Ey, Robert. Ey, keine Ahnung. Jetzt quatsch jetzt hier nicht. Start, Renn. Ja, keine Ahnung. Man, diese Scheiß-Fick-Zielhöfe. Die hat mich wieder völlig vom Zielen abgehalten. Da, ja, raus. Ja, genau. Ist er gleich wieder verbrannt, voll schlecht. Obwohl er eigentlich auf dem Boden lag, na klar. 116 Feind getroffen. Schön, Mann. Dachte jetzt hier zum Ende. Aber wir gewinnen. Ja, nee, kack hier, voll ab. Ja, das ist mir scheißegal. Abge-caked. Abge-caked. Ab-Caker. Ich kann den schon mal hinmachen, aber nicht beim Battlefield. Das könnte wohl gewesen sein. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Warum kommt denn Gas hier durch die Betonwand durch? Was soll denn das schon wieder? Der Gas immer so durchkommt. Oh ja, genau. Das frisst sich durch die Betonwände da. Na ja, der Dunhöhnen natürlich, ne. 1, 2, 3, 0, 7, 1. Als 5, 5, 0, 6. Na ja, sag ich doch, dass es voll gut bei dir lief. Du hast ja sogar mehr Punkte. Ja, aber die Kiffverlustrate ist nicht so gut. Na ja, dann werden wir gleich mal testen. Aus-check, check. Mic-check, Mic-check. 1, 2, 1, 2. Battlepag. Wo auf jeden Fall. 21, 17. Naja, 1,21 ist okay. Ah, meine Kiffverlustrate war 1, aber dafür sind meine Punkte. Du bist ja nicht mal unter dem Top-10, ich war. Das stimmt. Ich war ja 17. Obwohl meine Kiffverlustrate war. Klar bist du. Nö, bin ich unter dem Top-20. Ich habe verstanden, Top-10. Habe ich verstanden, ja. Da, der Gure Vara, 39,12 und 6 mal davon hat er mich in die Hölle gezwungen. Punkte, wie hast du so viele Punkte gemacht? Durch die Punkteeinnahmen? Ja, ich habe auch komplett viel gemacht, ja. Ich habe 6 Flanken oben, 3 verteidigt, sind so ein paar Pünktchen. Trupp-Auslöschung, Eder. Eder. Eder, beste Sonni. Schiss. Schiss.